Gestern Nachmittag, kurz nach 15 Uhr, ist eine unbekannte Person in die Kreditkartenfirma Wealthy Bank im Tanava-Hochhaus eingedrungen. Meine Fresse, was es nicht alles gibt auf der Welt? Das sind die Bilder des Täters, die am Eingang des Tanava-Gebäudes... Guck mal, der sieht ja verdammt ähnlich. Der sieht ja nicht bloß verdammt ähnlich, das bist du! Hör zu, Bruder, ich musste das machen. Für wen musstest du das tun? Du weißt es nicht, Bruder! Hältst du mich für den Idioten? Hä? Was? Was hast du gesagt? Ist alles nach Plan gelaufen. Die Operation hat mich nicht mal 20 Minuten gekostet. Was willst du denn noch? Erledigt sie. Das Comeback des originalen Thai-Action-Kinos. Mit den großartigsten Kampfszenen unserer Zeit. Die Operation hat mich lang verraten. Die Operation hatte mich nicht nur die Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020